Das nächste Ziel heißt Ahrensho, das von jeher ein Künstlerdorf mit einem schönen Ortsbild war. Ahrensho hat in all den Jahren als Künstlerdorf seine Ausstrahlung und seinen charaktervollen Antlitz bis heute bewahren können. Bekannt und beliebt ist das Kaffee namenlos. Bevor wir in das Künstlerviertel kommen, machen wir erst einmal eine Pause. Vorbei an zahlreichen Bauten mit Rohrdächern, bummeln wir nun zur Steilköste. Musik Per E-Mail schickt Elke ein soeben aufgenommenes Foto mit dem bekanntesten Motiv von Ahrenshof im Hintergrund, an Freunde, Bekannte und Verwandte. Musik Es sind die besonderen Lichtverhältnisse und der weite Himmel, der die Maler von damals angezogen und die heute hier lebenden Künstler inspirieren. Musik 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 Weiter bummeln wir auf der Steilküste entlang bis zu einem weiteren Aussichtspunkt. Musik Durch die Malerkolonie hindurch gehen wir nun wieder zum Ausgangspunkt unserer Tour durch cheinária auf Ahrenshof zurück. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020